So, wir stellen ja nur Hardware vor, die es auch wirklich wert ist. Heute sind die Sonos S5-Speaker dran. Sehr nette Lautsprecher, die das Stück ungefähr 400 Euro kosten. Sehr schlank, ausgestattet nur mit Netzwerkanschluss, Strom, Line-In und Kopfhöreranschluss. Relativ kompakt und funktionierend im Netzwerk. Dazu kann man unter anderem diese Sonos-Box verwenden, falls man die Boxen nicht direkt an den Router anschließen möchte. Die Boxen bilden dann ein Mesh-Netzwerk und verbinden sich untereinander. Um die Boxen drahtlos mit Musik zu versorgen, die wirklich synchron läuft, auch bei mehreren Lautsprechern, was ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal ist, kann man so eine Software verwenden, gibt es für viele Betriebssysteme, ist ein wenig unübersichtlich, aber tut das, was sie soll, greift auf iPhone-Bibliotheken zurück, kann Nasslaufwerke ansprechen. Egal, wo eure Musik liegt, lässt sich von dort ansteuern. Last FM-Integration funktioniert und auch die Napster-Geschichten, Radiosender etc. lässt sich alles darüber finden. Bisschen unübersichtlich, aber okay. So, was uns primär interessiert, ist die iPhone-Anwendung, natürlich. Kostenlos und seit einiger Zeit schon im App Store. Sonos macht ja die Boxen in Amerika schon eine ganze Zeit. Ist ein wirklich schönes Programm, das extrem schnell reagiert, da bin ich ganz beeindruckt von. Die Lautsprecher, wenn man mehrere im Netzwerk hat, lassen sich unterschiedlich ansprechen, man kann unterschiedliche Equalizer für die einzelnen Boxen festlegen, man kann unterschiedliche Musik auf verschiedenen Boxen hören. Lässt sich alles über das iPhone steuern und regeln, es lassen sich Playlisten zusammenstellen, man hat den Zugriff auf 30 Tage Napster, kostenlos Abo. Sehr nett, macht Napster wirklich, wirklich wertvoll. In Amerika gibt es noch mehr Service wie Pandora oder das Sirius-Radio, was wir leider hier noch nicht haben. Die iPhone-Anwendung bietet meines Erachtens ein paar Knöpfe zu viel, lässt aber keine Einstellungswünsche offen. Was Sonos da als Gesamtpaket schnürt, ist sehr überzeugend. Gute Boxen, klasse Steuerung und ja, toller Sound.